Wir haben noch ein paar Videos. Und da sind wir auch schon wieder. Es ging ein wenig schnell. Ich habe mich ausgeschnitten, dann ist es zu schnell. Ja. Ich habe es nicht. Auf jeden Fall ist das hier Part Nr. 2. Wir haben keine Ahnung wie viel Part Nr. 2. Das war Part 2. Nicht schon vorher etwas hochgeladen. Doch ein Let's Show. Doch ein Let's Show. Wir zwei vom letzten Tag. Wir brachten es nicht fertig. Wir haben es nicht fertig gebracht. Oh nein. Nein, nein, nein. Glück. Glück habe ich in diesem Spiel. Ich bin gerade an jemandem vorbei geflogen. Da ist er. Ich habe keine Waffe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin eine Waffe. Ich will nicht sterben. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe und du willst sterben. Wer auch immer rum ist. Ich sehe nichts. Das ist mir egal. Ich habe keine Ahnung. Dann kann man noch nicht schlagen. Ich habe immer noch keine Waffe. Das sorgt. Es nutzt dann halt. Suck ich. Sucks. Video Guides. Entschuldigung für das Geschrei. Ich sehe Marc's Mutter ist nicht tot. Halt dich hier Mark! Du musst es nicht! Du Arsch gerinnt! Ein Kürzchen! Dabblekür! Du Arsch gerinnt! Er schiesst auf mich! Der andere schiesst auf mich! Ich bin tot! Äh, sorry Mark, aber wir haben beide auf Rego geschossen. Bis danach habe ich auf dich geschossen. Ja, und ich habe den Punkt nicht bekommen. Ja, weil ich nicht richtig gefangen habe. Ja, das regt mich auf! Ja, mich auch! Oh, jemand ist in meine Tränen gelaufen. Ich kann weder ein Schild finden, noch eine Waffe, noch irgendwas, was mir weiterhelfen könnte. Aber nein, nein, dann bist du nicht! Ja, was muss ich? Ja, was muss ich? Nein, dein Schild! Ich glaube es hier! Nein, ich habe eine Waffe! Aber ich habe ein Schild! Das war keine Waffe! Das war die Waffe! Ja, ich habe sie aufgenommen! Aha! Ich habe sie aufgenommen! Nein! Nein, lass mich in Ruhe! Nein! Nein! Das ist bei allen! Nein, wenn ich in der DL bin! Töte ich! Weil ich hier zwei in der Nähe habe! Töte sie! Töte sie alle! Ich würde mal sagen, das war so richtig los. Das war wirklich los! Ok, welcher Scheiss-Dragon ist hier in die Luft schätzt? Oh, ich lebe noch, ich lebe noch! Entschuld! Oh Gott, Entschuld! Ich bin stolz auf mich! Wo seid ihr eigentlich alle? Also ich habe herausgefunden, wenn man seine eigene Dragon läuft, explodiert sie auch! Interessant. Wo ist die Lobby? Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst. Äh, sorry Mark, wenn du die Nächte in einer Miner liegt und draufladst, dann ist sie auch. Ja, vielleicht haben sie ein bisschen weiter schlussiert, habe ich gedacht. Aber anscheinend nicht. Ich hätte gerne einen Geist. Ich habe auch einen Doppelmeister. Ihr seid weit. Ich bin auch von unserem Leben und ich kann nicht mehr hoch. Ich habe den Verlauf. Da fiel mir ein Thema runter. Ich bin nicht mehr hoch, ich kriege ihn nicht mehr runter. Ihr wisst, wir spielen abseits. Ja, man weiss es, man weiss es. Ihr wisst, die ist durchaus, oder? Ja, man weiss es. Und ich will nicht hier runter, weil ich dann nicht mehr aufkomme. Irgendjemand ist gerade an mir vorbeigelassen. Ich muss hier raus. Herr Schwein hört mir zu, das ist wahrscheinlich... Ja, so bist du! Komm hier! Sie sind vor der Stige! Endlich habe ich was in meinem Leben errettet! Ich bin stolz davon. Nicht! Ich dachte nicht. Ich frage mich, was dein Lebensziel überhaupt ist. Hoffentlich f*** ich mich zu töten in den Games. Hoffentlich nur in den Games. Nein! Ah, goddamn! F*** euch! Also, was f*** ich mir auch so? Okay. F***, du hast noch einen. Mach noch! Oh Gott! Oh Gott! Du hast doch nur ein Doppel Magnum, oder? Ja. Und dann habe ich dir nur eine Waffe. Was heisst du eigentlich nicht? Ah! Dann haben wir gerade Folgendes herausgefunden. Wenn jemand zwei Waffen von... Ja, wenn du auch zwei von den Teilen von anderen hast, und der andere ein Waffe findest du, dann gibt man nur eine Waffe, oder zwei. Oh, ich habe einen Doppel. Was auch immer. Wie die Waffe heisst. Nächste. 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 Okay, irgend so ein Idioter hat... Scheisse Scheisse! Scheisse! Keine Waffe! F***! Ah! Du warst der Idiot! Ah! In der Kamera! Ich hatte keine Waffe, das ist die logische Konsequenz davon, dich zu entwaffen. Ja, deine Logik ist eigentlich auf den Arsch gegangen. Ja! Wenn du auf eine zweite Waffe hat sie die besser war als die erste. Hast du nicht gerechnet, oder? Nein! Ich habe nicht gerechnet! Ah! F***! Ich habe deine Doppel! Gott sei Dank, das war so scheiss knapp! Haha! Haha! Drücken sie stark! Ja, ist ja gut! Jetzt habe ich keine Waffe damit gemacht! Und Marc hat keinen Sinn für mich! Dank Stegi! Gerne geschehen! Leck mich am Arsch! Nein! Nein! Ich habe 10 Munition! Jetzt bin ich noch mehr enttäuscht von dir! Ich weigere mich ergeben, Sir! Was? Ich habe Magnum kugelt, aber ich habe eine andere! Was? Ich habe Magnum kugelt, aber ich habe eine andere! Jaaa... Verstöre nicht! Das ist dumm! 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 Ohne Magnum! Das ist cool! Eine Magnum-Kugel! Ohne Magnum! Jaaa... Was ist immer so in diesem Game? Was haben wir immer so erst einmal zu machen? Da haben wir jemanden! Jesus! Nein! Ich habe nichts! Ich habe einen anderen Eier gelutscht! Ohne Magnum! Ich habe dich noch gehofft! Ich habe meine Eier gelutscht, aber doch heftig! Und zwar wie meine Kugel! Oh nein! Ich habe keine Eier gelutscht! Einen Geld! Was ist das? Was? Ich bin jetzt Boundfier! Du verdammter Asch! So bin ich gut! Die Leute haben dran auf mich geschossen! Nur ich und ich habe deine Ahr 34! Dann muss ich ja extrem wenig Liebe gehabt haben. Oder hast du noch mehr gut gehabt? Ist ja eigentlich letztlich. Ein Schild, ein Schild! Oh Gott, ein Schild, ich bin so schlosser. Ich bin erst einmal gestorben und das überrascht mich jetzt gewaltiger. Ich weiss, wo die Ding ist. Ah, ich bin gut. Hier ist die Munition mit der AR-34. Genau. Und Marc hat die AR-34 mit dem Tor gerissen. Ich weiss es doch nicht. Nun, weiss ich lieber was sie jetzt ansteckt. Ja, ja. Hier auch. Wo ist die Treppe? Wo rechts ist das? Wo rechts? Komm zurück, bitch! Ja weiss, was? Okay, und hier machen wir die Hölle anbieten. Jawoll! Ja, Mann, wo bist du? Hey, verrückt euch. Hey Manns! Hey, hopp! Hey Manns! Ich ver-fiss dich mal von dort. Es ist eine... ...die McDonalds im Wetter! Komm, ich esse kurz... Ich ver-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f! Ich hab den AR-34! Ich hatte alles! Und dann kommst du! Ich hab den Blatt und Max gesagt. Ah gut, Energie hab ich keinen mehr. Da nüsst du dir alles andere Aufmerksamkeit. Und jetzt hab ich die erste Waffe in der Art Film. Und irgendwie laufen alle hinter mir her, obwohl ich keine Munition habe. Ja, sag das ruhig, dann komm, ihr wisst recht. Oh fuck. Wenn der Max sagt, du waffst verloren. Oh no, jetzt hab ich auch keine Waffe. Wozu ein Fix seid ihr eigentlich? Hab ich gerade Eier für 30? Ja, ich hab Eier für 30! Wieso hast du immer so viel? Oh, du bist so dumm aus. Ich hab mir einen Markt verschossen. Ah ok, ich lutsch deine Eier heute Abend. Äh, ich finde es ja schön, dass du mich... Äh, was hast du mir so am? Ich finde es ja schön, dass du irgendwie alle kennen wirst, dass ich besser bin als Thun. Das zeigen wir jetzt auch diejenigen auf diesem Weg. Wisst ihr, das Finden vom Gegner ist schwieriger als das... Ich hacke deine Genitalien in klitzekleine Stücke. Das finde ich auch, das finde ich auch nicht. Wie wäre es eigentlich, wenn ich einfach vor mir verreuste oder so? Nein! Ich bin recht oder schlecht. Das kannst du dir ziemlich in den Arsch strecken. Ich lebe mir eben nichts in den Arschstecken. Ich glaub's nicht. Wieso bin ich so fucking schlecht heute? Wieso bin ich in meinen Eier? Ja, das habe ich gesagt. Ich bin nicht an den Junk! Wir haben aber keinen Fall! Wir haben keinen Fall! Meeeeeeeell! Ja, ich hab erst gerade... Nein, nein, nein! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich... Ich war in der Wand festgeglitscht. Ja, das glaube ich dir jetzt wohl einfach. Das ist fertig. Das war eine billige Ausrede. Das bin ich. Ich bin nicht... Das... Das ist keine... Scheisse! Wisst du was? Ich wollte gerade sagen... Ich überraschte dich, dass ich nie gestorben in einer Stunde gefallen bin. Und jetzt eine Stunde Fall ist unser. Wir haben's gesehen Stücke. Wir haben's gesehen Stücke. Ich glaub's einfach nicht! Einfach nicht! Das war's für eine Krise. Ich denke, dass wir... Ich bin dran! Ich bin zweitens! Ich f*** mich schnell! Wup! 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 Was heisst ihr? Was muss denn das sein? Das heisst, du hast die Grundsächtung gebracht zu haben. Ja, ja, ja. Was muss ich ehrenhaft? Bick dich spielen! Also, was ist die Grundsächtung? Bick dich spielen! Bick dich! Wir haben auch keine Chance. Bick dich! Bick dich! Bick dich! Bick dich! Bick dich! Bick dich! Das ist noch gemeint! Ja, ja. Also, das war's mit K2. K3. K2. Ohne... ... ... Wir sagen einfach heute genug aufgenommen. Ich hasse dich... Ich hasse diese Stage! Ich weiss heute ja... Und ich habe sie nur einmal bekommen! Ich habe sie nur einmal bekommen! Wie gut findest du dir das an? Ich würde sagen, Piss und Butterblume! Ich würde sagen, Piss und Butterblume! Ich würde sagen, Piss und Butterblume! Für wen tritt muss man so ein Kopf? Ruf mich an und denk an dich! Und denk, dass ich die Kangenbärchen! Nein, mach ich nicht! Ich habe die Army tankt! Tänkt! Tänkt! Ja, jedenfalls! Danke für die... Tänkt! 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 Tänkt!